hallo leute und willkommen zurück zu pbs u wir sind heute mal wieder auf arikanduva unterwegs und wir fahren die linie 2027 nach willia de sabrina bus terminal ja heute mal wieder einen gelenk bus und ausnahmsweise mal kein mercedes wir fahren heute den mann 43 auf jeden fall fahren wir eine gxl variante mit vier achsen und vier türen ich sag's euch wird lustig wird absolut lustig vielleicht mehr oder weniger nicht wir müssen ja da hinten schon mal gleich um die bus wenn um die wende rum ja fahrgäste aufkommen habe ich mal wieder ein bisschen weniger gemacht weil ja bei mir zumindest fast mitternacht und so es regnet auch ein bisschen also könnte ganz interessant werden ja ich würde sagen wir fahren direkt los und verlieren keine zeit viel spaß so 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 Kultiv, abri as portas. Ao desembarcar, cuidado com o pão entre o ônibus e a plataforma. Não é permitido sentar-se nas guias das plataformas. Colabore, ajudando a evitar acidentes. Colabore, ajudando a evitar acidente. Colabore, ajudando a evitar acidentes. 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 Colabore, ajudando a evitar acidentes.